Es ist so, dass es sozusagen ein exponentielles Wachstum an medizinischem Wissen gibt. Es gibt Zahlen, die behaupten, dass sich das medizinische Wissen aktuell irgendwie alle 73 Tage verdoppelt. Und das ist natürlich recht schwierig, damit Schritt zu halten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe German Healthcare 2030. Das Ziel dieser Podcast-Reihe ist es, über die Zukunft des Gesundheitssystems zu sprechen und vor allem mit Blick auf das Jahr 2030. Das machen wir, indem wir spannende Persönlichkeiten aus dem Gesundheitsbereich einladen. Mein Name ist Julian von Invinien und ich freue mich, die heutige Folge moderieren zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts German Healthcare 2030. Heute ist mein Gast Dr. Siewert Weiß, den ich gerne einmal vorstellen möchte und der dann auch noch mal mehr zu sich selbst sagen wird. Ja, Siewert ist Co-Gründer von Amboss, vom Hintergrund her Mediziner, hat an der Universität Göttingen studiert und promoviert und anschließend dann eben Amboss gegründet. Er ist außerdem Angel-Investor und, so würde ich zumindest sagen, auch Digitalisierungsvorreiter im Gesundheitsbereich. Also vor elf Jahren hat Siewert Amboss gegründet, damals noch im Rahmen seines Studiums. Und Amboss ist eines der ersten Gesundheits-Startups in Deutschland. Viele von uns kennen es wahrscheinlich. Es ist auch eines der am höchsten finanzierten Startups im Gesundheitsbereich in Deutschland und mittlerweile ja weltweit bekannt und weltweit tätig mit über 500.000 Nutzern. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Siewert. Du hast wirklich unglaublich viel Ahnung, was Digitalisierung im Gesundheitsbereich betrifft, aber eben auch Education. Deswegen, vielleicht möchtest du dich noch einmal vorstellen, ein paar Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe, kurz erläutern und danach können wir die Fragen übergehen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Julian. Schön, hier bei dir sein zu dürfen und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, genau. Ich bin Siewert. Du hast mich ganz toll vorgestellt. Ich bin ganz erfreut, was du alles gesagt hast. Vielleicht, was du noch nicht gesagt hast und was man so aus den Zeilen nicht herausliest vielleicht ist. Ich habe Medizin studiert, habe mich damals sozusagen, fand es total faszinierend, habe mich aber irgendwie mehr und mehr eigentlich in so der öffentlichen Gesundheit gesehen und wollte nach dem Studium ein MPH machen. Das lag vor allem an einer ganz tollen Erfahrung, die ich in so einem Entwicklungszusammenarbeitsprojekt in Indien gemacht hatte und dachte, da würde ich gerne sozusagen mein medizinisches Wissen einbringen. Und das war eigentlich so mein Plan für die Zeit nach dem Medizinstudium. Und dann kam aber relativ überraschend für mich, kam AMBOSS vorbei, was im Wesentlichen oder wozu die Idee im Wesentlichen entstand, als wir eben uns auf dieses Abschlussexamen vorbereiteten. Und das war dann auch sozusagen die erste Version von AMBOSS, zu der wir uns damals entschieden haben, die auf den Weg zu bringen, nämlich die Examsvorbereitung für das Abschlussexamen des Medizinstudiums. Das ist aber bei weitem nicht mehr alles, was wir heute anbieten, sondern wie du auch schon angedeutet hast, mittlerweile begleiten wir im Prinzip den Mediziner von Tag 1 des Studiums idealerweise bis zur Rente hin mit medizinischem Wissen und das im digitalen Raum. Und somit ist es mehr und mehr ein lebenslanger digitaler Begleiter. Und das machen wir auch nicht mehr nur in Deutschland, sondern tatsächlich global in 170, 180 Ländern der Welt sozusagen mit einer englischsprachigen Variante und erfreuen uns immer mehr begeisterter Nutzer in aller Welt. Ja, sehr interessant. Einerseits dein Hintergrund, dass du eben da auch in Indien warst. Ich glaube, da hast du nochmal einen ganz guten Einblick, wie die verschiedenen Gesundheitssysteme eigentlich funktionieren. Sicherlich ist einiges hier auch nicht unbedingt besser als dort, aber verschiedene Dinge, vermute ich. Und eben natürlich euer Unternehmen Ambos ist auch sehr interessant. Ich kenne es aus dem privaten Bereich, eben aus meinem Elternhaus sogar noch, wie schwierig es manchmal für auch aktive Ärzte ist, einen Überblick über das Wissen zu behalten. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, wie wird eure Lösung im Alltag von einem Arzt genutzt? Und dann auch, wie ist eure Vision für die Zukunft? Weil so ist auch immer das Gefühl von mir, dass Arzt sein in Zukunft auch immer mehr bedeutet, mit einer Softwarelösung zusammenzuarbeiten, die eben das Wissen unterstützt. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Vision davon, würde ich so unterschreiben. Letztlich ist es so, also vielleicht muss man ein bisschen Hintergrund dazu kennen und zu dem Umfeld, in dem wir uns mit Ambos bewegen. Und es ist so, dass es sozusagen ein exponentielles Wachstum an medizinischem Wissen gibt. Es gibt Zahlen, die behaupten, dass sich das medizinische Wissen aktuell irgendwie alle 73 Tage verdoppelt. Und das ist natürlich recht schwierig, da mit Schritt zu halten. Das heißt nicht, dass das immer alles sozusagen dieses evidenzbasierte Wissen ist, was tatsächlich für den klinischen Praktiker wichtig ist. Aber das wird sozusagen da rausgeholt. Teile davon werden dann in, oder die relevanten Teile werden dann in irgendwie 300 Seiten PDF-Dokumente gegossen. Und die werden dann alle drei bis fünf Jahre irgendwie erneuert und sollen dann sozusagen das Wissen in die Ärzteschaft tragen. Und da ist, ja, da geht eine ganze Menge verloren auf dem Weg häufig. Alleine bis dieses Wissen in diesen Guidelines ankommen, können bis zu zehn Jahre vergehen oder auch mehr. Und dann diese Guidelines sozusagen in der klinischen Praxis ankommen, das kann sehr dauern. Und dann gibt es andere Länder, die nicht mal dieses Guideline-Instrument irgendwie so richtig haben und bereitstellen können. Und das alles, also dieses sozusagen sehr, diese herausfordernde Situation mit dem medizinischen Wissen, das trifft auf eine Situation beim Arzt, der im klinischen Alltag an sich schon nur sehr wenig Zeit für den Patienten hat, plus wenig Unterstützung sozusagen, dieses Wissen irgendwie richtig anzuwenden. Also, wir haben mal eine Erhebung gemacht, irgendwie, da geht es so um acht Minuten pro Patient, ja. Also, du hast hier wahnsinnig viel Wissen und auf der anderen Seite, da hast du irgendwie vielleicht, wenn du Glück hast, acht Minuten pro Patient, wo du darüber nachdenken kannst, was du jetzt mit dem machen sollst. Und dann musst du da durch diesen ganzen Wust an Wissen irgendwie durch. Und das alles in so einem, ja, in einem analogen Setting, wo das Faxgerät noch irgendwie rumsteht und du dir die Informationen irgendwie holen musst. Und das führt in den USA, schätzt man, alleine zu 250.000 Toten pro Jahr, die hätten vermieden werden können, wenn es, wenn man die Leute besser behandelt hätte und natürlich enormen Kosten sozusagen auf Versicherungsseite und auf Gesundheitsseite. Das macht also dieses Setting sehr schwierig und das ist eigentlich im Prinzip da, wo wir ansetzen wollen. Bei uns geht es darum, dieses Wissen, was relevant ist für die Ärzte, was für die klinisch tätigen Ärzte wichtig ist in ihrem Alltag, so weit runterzubrechen, dass sie das eben wirklich im Alltag nutzen können. Und das heißt gleichzeitig nicht irgendwie Dinge zu versimplifizieren, sondern eben trotzdem noch genau zu sein und präzise zu sein in dem, was sozusagen für die Ärzte wichtig ist. Und letztlich ist es genau so, wie du gesagt hast, woran wir glauben, ist im Prinzip ein Empowerment von diesen Ärzten. Also unser Ansatz ist nicht irgendwie Ärzte mit AI ersetzen zu wollen oder so, sondern liegt vielleicht auch daran, dass wir alles irgendwie selber Ärzte sind, aber wir glauben daran, dass die Ärzteschaft eben Tools braucht, um auf diese wachsenden Herausforderungen irgendwie reagieren zu können und natürlich auch mit den neuen Möglichkeiten irgendwie das Beste aus diesen neuen Möglichkeiten herauszuholen. Und letztlich würde ich Amboss da sozusagen so ähnlich sehen wie, was weiß ich, das Thermometer, ein Tool, das hat sich irgendwann vor 200 Jahren, wo das eingeführt ist, hat sich dann etabliert. Heutzutage benutzt jeder Mensch auch über die Ärzteschaft hinaus das Thermometer, um eben standardisiert Fieber zu erfassen. Und sowas ähnliches würde ich denken, muss es eigentlich mehr und mehr sozusagen für Wissensdatenbanken geben. Und das ist im Prinzip, was wir mit Amboss machen, ist sozusagen diese Zeit von meiner medizinischen Frage als Arzt hin zu, ich bekomme eine Antwort, stark zu verkürzen, sodass dieses Wissen eben wirklich in der Praxis ankommt. Ja, also vielen Dank. Ich glaube, jetzt ist es auch besser verständlich, wie quasi die Lösungen von Amboss im Alltag genutzt werden. Wenn man jetzt mal den nächsten Schritt denkt, also ich möchte gleich mit dir auch noch mehr im Detail über grundsätzlich das Gesundheitssystem sprechen, weil ich auch weiß, dass du dich da sehr einbringst, was Digitalisierung betrifft. Aber wenn wir jetzt im ersten Schritt noch bei Amboss bleiben und im nächsten Schritt denken, wir haben jetzt hier eine Lösung, die eben das Wissen sammelt, plus, so verstehe ich es zumindest, adaptiv das Wissen so anzeigt, wie es in der Situation sinnvoll ist. Also, keine Ahnung, im Kontext im Endeffekt. Man kann ja irgendwann den nächsten Schritt gehen, das, was du eben meintest, was du eben nicht möchtest, nämlich ein System ersetzt den Arzt. Manchmal in gewissem Maße mag das ja auch nicht so unnötig sein. Also, viele Patienten laufen zum Arzt wegen Dingen, die, sagen wir mal, sehr einfach zu beurteilen sind und wahrscheinlich nach Schulbruchlogik abgehandelt werden können. Kann der Arzt sich dann nicht mehr Zeit nehmen für die wirklich schwierigen Fälle? Und die einfachen Fälle werden dann durch euer Wissensystem da abgedeckt. Ja, ich glaube, das ist total richtig, was du sagst. Ich glaube, was wir damit erreichen können, ist, dass der Arzt sich wieder auf Dinge konzentrieren kann, die eben den Arzt auszeichnen. Deswegen, ja, vielleicht werden bestimmte Bereiche sozusagen dieses ärztlichen Daseins irgendwie effizienter dargestellt und besser lösbar. Und vielleicht muss sich der Arzt dann nicht mehr selber so tief reinknien irgendwie. Das ist ja beim Röntgengerät oder was weiß ich was wahrscheinlich auch so gewesen. Vorher war das sehr aufwendig, irgendwie festzustellen, ob der jetzt eine Lungenentzündung hat oder nicht. Ja, und dann gab es das Röntgengerät oder so und dann hat es das irgendwie ein bisschen einfacher gemacht, das zu diagnostizieren. Und das kann dazu führen, meiner Meinung nach oder auch unserer Vision nach, das kann dazu führen, dass tatsächlich die Ärzte wieder mehr Zeit haben für, und das gilt wahrscheinlich für alle irgendwie diese Digitalisierungsbereiche und überhaupt Automatisierungsbereiche, dass sie wieder mehr Zeit haben für das, was eben den Arzt und den Menschen auszeichnet. Denn ich glaube nicht, zumindest nicht so bald in absehbarer Zeit, dass wir den Mensch im System ersetzen können. Ich glaube, dass es für den Patienten total wichtig ist, mit einem anderen Mensch zu sprechen und von diesem Mensch wahrgenommen zu werden und verstanden zu werden und so weiter. Ich glaube, das hat dann auch und sollte idealerweise auch Implikationen haben für das, worin der Arzt stark sein sollte. Also wenn wir sagen, du musst eben nicht mehr all das irgendwie auswendig können, was dir mal im Studium beigebracht wurde, sondern es ist vielleicht wichtiger, dass du irgendwie, ja, du hast gute Grundlagenkenntnisse und du weißt irgendwie sozusagen, wie du auf dieses System vielleicht aufbauen kannst. Du musst aber auch verstehen, wie du neues Wissen erlangst in Zukunft, weil sich das immer schneller verändern wird. Du musst verstehen, wie du vielleicht Studien bewerten kannst. Du brauchst eine Datenkompetenz. Und um diesen menschlichen Aspekt nochmal hervorzuheben, ich glaube auch, dass man die Chance hätte, mehr und mehr den Arzt sozusagen in Empathie auszubilden, in Kommunikation auszubilden und eben auch tatsächlich mehr diese Soft-Skills abzubilden, die wahrscheinlich mit einer Maschine schwer sind, irgendwie nachzubauen. Und insofern glaube ich paradoxerweise, die Digitalisierung ein Stück weit auch zu einer, theoretisch wieder mehr zu einer Vermenschlichung des Systems führen, ja, was uns allen, glaube ich, gut täte, ja. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das ist auch ein guter Punkt zur Überleitung, die ich mal versuche, nämlich mehr über grundsätzlich das Gesundheitssystem zu sprechen. Also ich war letzte Woche auf der Altenpflegemesse, habe unter anderem das Unternehmen My Reha kennengelernt. Das kennst du sicherlich sehr, sehr gut, weil du da eben auch als Angel-Investor investiert bist. Und die versuchen eben, ja, mittels digitaler Lösungen, den ganzen Reha-Prozess, das kannst du besser zusammenfassen als ich, aber ich glaube, im Rahmen von Schlaganfällen vor allem, da eben den Reha-Prozess zu verbessern, den Patienten da zu helfen. Das heißt, es werden quasi jetzt, ja, Tätigkeiten, die bisher vielleicht von Menschen ausgeführt wurden oder gar nicht ausgeführt wurden, nun von neuen Software-Produkten oder Lösungen gemacht. Wie siehst du die Zukunft? Wohin entwickelt sich das Gesundheitssystem? Was ist auch vielleicht deine Vision, wenn du jetzt Angel-Investment tätigst? Mhm. Ja, viele gute Fragen. Also, ich glaube, genau, wenn man jetzt zum Beispiel My Reha als Beispiel nimmt, die digitalisieren einen Prozess, der sonst wahrscheinlich größtenteils nicht stattgefunden hat, ja. Also, da wird sozusagen mit Schlaganfallpatienten trainiert, dass die ihre kognitiven Fähigkeiten zu einem Stück weit wiedererlangen können mit, im Prinzip, mit so, mit anerkannten und bewiesenen Methoden im digitalen Raum, ja. Und eigentlich am Ende sozusagen Spiele, ja, die diese kognitiven Fähigkeiten trainieren. Das ist etwas, das kann man wahrscheinlich recht gut auslagern in so einem digitalen Bereich, wo es sozusagen solche repetitiven Tätigkeiten irgendwie Sinn machen und in so einem Modell gut abgebildet werden können. Und das führt letztlich, bin ich ziemlich von überzeugt, zu einer Versorgungsverbesserung dieser Menschen, für die es sonst ein deutlich, ja, wahrscheinlich geringeres oder aufwendigeres Angebot gäbe. Und das sehe ich als großen Vorteil irgendwo der, und als wichtige Komponente in diesem System. Für das Gesundheitssystem, ja, also das ist natürlich, das Gesundheitssystem ist halt ein riesiger, komplexer Bereich mit allen möglichen Facetten und Nuancen, ja, und ich, also auch aus meiner eigenen Erfahrung als Arzt, gibt es an vielen Enden und Ecken Potenzial dafür, das zu optimieren und durch Digitalisierung irgendwie effizienter darzustellen. Und, also da, ich meine, wenn, das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit, aber wenn wir über, über sowas wie Datenerfassungen nachdenken, ja, eine vereinheitlichte Datenerfassung, Schnittstellen schaffen, einheitliche Standards, diese Daten interoperabel machen und auf den Daten dann auch erlauben, irgendwelche größeren Analysen zu fahren. Ich glaube, damit wären wir, also, das wird so schnell nicht passieren, leider, aber damit wäre schon wahnsinnig viel erreicht und das ist vermutlich erstmal auch nur eine Grundlage für vieles, auf dem dann ganz viel anderes Tolles aufbauen kann, ja. Ich glaube, ein anderes, ein anderer Aspekt, wo die Digitalisierung vielleicht auch helfen kann, aber es ist auch mehr so ein Systemproblem, würde ich sagen, ist, dass man irgendwie die Incentives im Gesundheitssystem irgendwie besser aufstellen könnte, ja, und müsste vielleicht auch, ja, ich glaube, diese Verwirtschaftlichung des Systems, sage ich mal, ja, die führt nicht an allen Stellen dazu, dass die beste Medizin irgendwie betrieben wird und letztlich sind wir auch immer noch in einem System, was irgendwie mehr Sick Care als Health Care ist, ja, und wir behandeln eben die Kranken, wo ist die Prävention, ja, je mehr wir mit Prävention arbeiten könnten, umso mehr würden wir eigentlich die Spätfolgen davon irgendwie eliminieren können, aber das ist, auch dafür gibt es wenig Incentives, aber das ist, denke ich, etwas, wo zum Beispiel digitale Tools auch sehr gut reinkommen könnten, ja, die über Verhaltensweisen, Lebensweisen, Ernährungsweisen und so weiter aufklären und diesen Bereich wesentlich vorantreiben können. und natürlich aus unserer persönlichen Erfahrung ganz klar auch die Aus- und Weiterbildung von Ärzten, ja, wer bringt den Ärzten bei, was irgendwie wesentlich ist, ja, meistens findet wenig Teaching irgendwie statt im Krankenhaus, irgendwie die Leute müssen sich das irgendwie selber beschaffen, ja, auch da kann irgendwie ein digitales Tool, was es ermöglicht, asynchron auf diese Informationen zuzugreifen und irgendwie eine Art von Beratung zu bekommen, sehr, sehr hilfreich sein, ne, und das sind jetzt, das sind jetzt ein paar Trends, die ich so sehe und, und es gibt noch viele andere, über die man sprechen kann, ja, aber es ist auch alles nicht so einfach. Ja, klar, ich meine, man kann das natürlich nie wirklich vorher sagen. Es gibt gewisse Trends, gerade auch, was du da als Beispiel mit Reha gebracht hast, wo eben jetzt Leistung erbracht werden kann, die bisher nicht erbracht wurde, also eine erhebliche Verbesserung der Versorgung und eben dann Verbesserung der Prozesse, wie du es auch gesagt hast. Wenn man sich jetzt überlegt, vielleicht du zurückblickst auf deine Zeit oder auch deine jetzige Zeit bei Amboss und eben auch die Unternehmen, mit denen du dich beschäftigst, was sind denn so die großen Herausforderungen in Deutschland? Wenn man sich überlegt, jetzt ein Startup aufzubauen oder eine neue digitale Lösung zu schaffen, woran scheitert das manchmal oder wer steht da im Weg? Ja, also das ist eine gute Frage. Ich meine, nochmal sozusagen so ähnlich, wie ich eben gesagt habe, es ist ein sehr komplexes Ökosystem, wo es eine ganze Menge unterschiedlicher Stakeholder gibt, die unterschiedliche Interessen haben und die alle irgendwie dieses System beeinflussen. Und ich glaube, wenn man jetzt, wenn man ein Digital Health Startup in diesem Umfeld aufbauen will, dann muss man sich sehr klar sein, wer die Stakeholder sind, was die für Interessen haben und ob das, was ich mir vorstelle, was ich als Lösung anbieten will, ob das wirklich ein Pain oder Need für diese Akteure irgendwie adressiert. Also das ist, glaube ich, das grundlegendste Thema. Ich brauche irgendwie was, was relevant ist für irgendwen und wo jemand dann dafür bereit ist, etwas zu zahlen. Und ja, das kann eben in, dadurch, dass es nicht vielleicht so, sag ich mal, straightforward ist, wie irgendwie eine reine Consumer App oder irgendwie sowas, ja, es gibt halt bisweilen, je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, gibt es einige bürokratische Hürden, die sich da in den Weg stellen können. Bei uns zum Beispiel ist es eigentlich so, dass wir, also bei Amboss, im Prinzip wenig bürokratische Hürden hatten, ja, wir sind kein Medical Device, wir sind, wir haben irgendwie uns immer klar an dem Endnutzer ausgerichtet und wollen vor allem für den einen Nutzen erfüllen, kommen selber aus dieser Zielgruppe, ja, und haben das Gefühl, relativ gut zu verstehen, was die eigentlich brauchen, ja, und frischen dieses Wissen natürlich immer weiter auf. Und insofern hatten wir das, hatten wir das jetzt nicht, ist vielleicht auch eine Ausnahmeposition, so im Gesundheitssystem, aber wir sind nicht auf Krankenkassen angewiesen oder auf eben Regulierungen oder andere Parteien, sondern eigentlich im Wesentlichen auf diese Anwender von diesem klinischen, medizinischen Wissen. Okay, verstehe ich, ja. Gut, ihr habt natürlich erst einmal die optimalen Voraussetzungen für ein Unternehmen, was man gründen möchte, weil ihr kommt genau aus dem Bereich, das ist immer das Beste, natürlicherweise, plus eben, ja, ihr macht das auch sehr intelligent, naturgemäß richtet ihr euch an die Ärztinnen und Ärzte, das heißt, da ist auch immer nochmal ein Schritt zwischen Patient und eurer Lösung, der eben sicherstellen kann, dass da jetzt auch nichts Falsches passiert. Wenn man sich jetzt überlegt, ihr würdet irgendwann vielleicht eure Softwarelösung weiter erweitern, dass irgendwann bei zum Beispiel Standardbehandlungsthemen der Arzt so ein bisschen ausgeklammert wird, dann wäre wahrscheinlich nochmal eine andere Komplexität dahinter, ja, muss man nochmal schauen. Jetzt hast du ja auch eingangs gesagt, du warst unter anderem in Indien, du hast sicherlich im Rahmen der Expansion von Ambos auch viele andere Länder kennengelernt und eben auch Systeme und das vergleicht man jetzt mal mit Deutschland. In Deutschland ist es keine Lüge, wir hinken hinterher, was Digitalisierung im Gesundheitsbereich betrifft. Was ist der Grund? Wie schätzt du das ein? Woran liegt das? Ja, also im weltweiten Vergleich ist, glaube ich, Deutschland wahrscheinlich, ist ja immer noch ein sehr gutes Gesamtsystem, muss man sagen, ja, was die Digitalisierung angeht. Vielleicht sind wir nicht so schnell wie, was weiß ich, die nordischen Länder oder auch USA ist wahrscheinlich auch noch ein Stück vor uns. Das Gesamtsystem funktioniert ja trotzdem ziemlich gut eigentlich so, ne, es kriegen alle irgendwie eine relativ gute Versorgung eigentlich und das zu einem wahrscheinlich akzeptablen Preis. so, ne, das ist ja, das ist in den USA zum Beispiel nicht gegeben. Woran liegt das, dass wir bei der Digitalisierung so ein bisschen hinterhinken, dass, also zumindest im Vergleich vielleicht zu anderen Nationen unserer Art, ich kann das nicht so richtig ausmachen, ja, also wir haben ja mit diesem System nicht so viel zu tun gehabt, wir haben ja quasi unsere Digitalisierung einfach sozusagen selber durchgezogen für dieses medizinische Wissen, woran das jetzt, woran jetzt sowas wie Interoperabilität von Daten und sowas scheitert, ja, also das stelle ich mir schon recht komplex vor, das hinzubekommen, weil eben das nicht von einem irgendwie durchgezogen werden kann, dann gibt es da unterschiedliche Partikularinteressen, die einen wollen die Daten beschützen, die anderen wollen da irgendwie, wollen die vielleicht irgendwie monetarisieren oder irgendwie sowas muss man auch aufpassen, sind sensible Daten und so, das verstehe ich alles, also vielleicht ist es, ich weiß es nicht, vielleicht ist es so ein bisschen, ja, die Angst irgendwie und Skepsis, die uns doch irgendwie an vielen Stellen zurückhält, das ist, die ist sicherlich manchmal auch förderlich irgendwie, das zu haben und sich das zu durchdenken, aber es darf halt nicht irgendwie so zu so Patt- oder Totschlagsituationen kommen, wo man halt gar nicht weiterkommt, ne, also so, das, ja, aber worin das begründet ist, also das fällt mir schwer auszumachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es sind sicherlich viele Faktoren, also da gebe ich dir recht, das ist nicht immer einfach zu identifizieren und es liegt sicher auch nicht an einem gewissen Faktor. jetzt nochmal so als letzten Punkt zum Abschluss unseres Podcasts, wenn ihr über eure Zukunft nachdenkt und euch wünscht, dass der nächste Gast in diesem Podcast genau über das Thema spricht, was für euch relevant ist, was wäre das für ein Gast, aus welchem Bereich käme der, beziehungsweise gibt es da vielleicht eine Person, an die du denkst, wo du denkst, da wäre es wichtig, dass die sich zu dem Thema Zukunft des Gesundheitssystems auch einmal äußert. Das ist eine gute Frage. Also, prinzipiell würde ich sagen, das ist natürlich wahrscheinlich irgendwie sowas wie der Gesundheitsminister, ja, das wäre sicherlich irgendwie hilfreich. Das ist ja auch etwas, was der vorhergehende Gesundheitsminister sehr stark vorangetrieben hat, ja, nun ist der Aktuelle wahrscheinlich ein bisschen beschäftigt mit, mit der Pandemie, die wir ja immer noch irgendwie haben, aber das ist natürlich, trotzdem ist das ein Thema, mit dem wir uns irgendwie beschäftigen müssen und was, was wir irgendwie, wofür es irgendwie eine Vision geben muss und wofür irgendwie die richtigen Weichen gestellt werden müssen, ja, also wenn ich mir was wünschen würde, dürfte, dann wäre es wahrscheinlich der, ja, und dazu ein Konzept zu hören, was wirklich Anreize schafft, das System ganzheitlich sozusagen auf ein anderes Level zu schieben, das wäre natürlich toll, ja. Okay, wir werden uns das als Herausforderung nehmen, dass wir einfach mal da nachfragen, inwieweit das möglich ist. Sicherlich ist der Herr Lauterbach sehr beschäftigt, wie du schon gesagt hast, aber vielleicht hat er die Zeit für unseren Podcast. Na klasse, ja, dann vielen, vielen Dank, Siva, dass du die Zeit genommen hast, auch vielen Dank für die ganzen Erklärungen, ich glaube, es war hochinteressant, auch nochmal diese Perspektive zu sehen, bisher hatten wir eben da auch viel aus, zum Beispiel Pharma, zum Beispiel aus dem Pflegebereich, du hast da nochmal eine ganz neue Blickweise reingebracht, ich drücke euch ganz fest die Daumen, also ich glaube, Amboss hat den Schritt schon lange überwunden, wo es sich darüber entscheidet, ob jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich, jetzt geht es eher darum, wie sieht die Zukunft aus, wie ist das Produkt der Zukunft und da drücke ich euch ganz fest die Daumen und ich bin natürlich mit Interesse dabei und verfolge das. Danke dir, Julian, vielen Dank, das hat mir viel Spaß gemacht. Nun, zum Abschluss dieser Folge hoffe ich zuerst einmal, dass sie interessant war und bedanke mich für das Einschalten. Ich möchte gerne auch noch ein paar Worte zu Invinien sagen. Bei Invinien verfolgen wir das Ziel, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben und unterstützen von der Strategie bis zur Produktentwicklung. Für mehr Informationen sucht gerne unsere Webseite unter www.invinien.io, wo ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren könnt. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Alles Gute bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020